So, dann bin ich jetzt zu Part 24 und jetzt gehen wir mal auf The Rock vs. Big Boss Man. Und jetzt sind wir klar im Führung. Bei den Ratings. Auf jeden Fall. Passt. Passt. Aber gewinne das mit... von einer Minute ist mir vielleicht nur ein wenig. Innerhalb von einer Minute... Wie soll ich denn das machen? Bitte, wie soll ich das denn machen? Ich verstehe es nicht. Oh! Finish out! Bam! Auf Wiedersehen! One, two, three! Bam! The Rock has cooked up for the Big Boss Man. Good enough Big Boss Man. Who do you like that, Mr. McMahon? Well, you know that's not fair. Boss Man wasn't even ready. Hey, Mr. McMahon, the Rock told me to tell you that he just beat your Hitchman in about a minute. Oh, Mr. McMahon's not gonna be very happy about this. Oh, boy. Bam! See, man. Good enough Big Boss Man. Who's next? BAM! Hab ich alles geschafft? Oh, Belohnung Big Boss Man hab ich gekriegt. Gut. Können wir mal auf der Zeitachse nochmal gucken? Letzte Rock? Was ist jetzt kein Shamrock? Okay. Ähm... 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 Gehen wir mal hier drauf. Ich hab schon mal geguckt, was ich da machen muss. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Ähm... Ähm... Das werden wir doch gern wohl schaffen. Hoff ich mal. Hoff ich mal. Weiß ja nicht, was hier noch passiert. Ja, geschwannig. Boom! Boom! Bam! Bam! Ebo! Bam! Da kommt er. Da kommt er. Nicht so, er kommt er. Bam. Da kommt er. Bam. Boom. Ja komm. Nein. Ja komm, steh auf Rocky. Was hast du denn jetzt vor? Nicht ganz bestimmt nicht. Schade. Und jetzt. Suplex. Spinebustern. Und jetzt. Jetzt kommt er Peoples. Elbow. Bam. Beim Peoples. Ambo. Boom. 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 Komm her. Komm her. Mach den WBL Schritt Moment jetzt. Komm. Na klar. Fuck. Boah. Nein. Scheiße. Scheiße. Jawohl. Boom. DDT. Ja komm. Komm. Wann gibt's denn diesen Endstuhl Moment? Hier komm her. Noggen gehen wir in Richtung Richtung. Komm. Ich will doch gar keine Submission machen. Ich will doch gar keine Submission machen. Bun. Ist jetzt endlich genug? Er blutet schon. Komm. So. Boom. Jetzt. Jetzt kann ich ruhig gehen. One. Two. Hallo! Bam! Schmeiß ihn raus! Gut! Spinebuster! Bamz! Jetzt! Rock Bottom! 1, 2, 3! Bam! Hier! Big Bossman! Du kannst es vergessen! Bam! Ich bin weiter gekommen! Puss hier! Haha! Bamz! Geht doch! Bonus Match 9! Okay! Ich bin mal gespannt, was das dann für Match ist. Gehen wir mal vor Zeitachse gucken. Bonus Match 10! Undertaker K! Ähm, das müssen wir nachwarten. Okay! Ich bin dafür, dass wir... Ich bin dafür, dass wir... Ich bin dafür, dass wir... Ja komm, dann machen wir... Das! Häm ich für den... Bonus Match machen wir irgendwann später, man. Ich will die Hauptstory jetzt unbedingt weiter... ...zocken hier. Auf jeden Fall. Ist ja auch egal. So, ich soll da unten... People's Elbow... Soll ich an Undertaker ausführen? Wird gemacht. Ja. Bam! Wer wird hier jetzt wohl Champion? Okay! Okay! So. Der Rock und The Undertaker. Wird schon klappen. Bam! Komm her! Uh! Bam! Was macht ihr denn schon wieder hier? Bam! Was? Finisher? Spinnt's ja wohl! Warum hat der schon Finisher? Ist der blöd? Gibt's ja wohl nicht. Jetzt macht er mich aber fertig. Bam! Undertaker hier! Ist rausgekickt! Tschüss! Nichtbreaker! Bam! Bam! Nein! Fuck! Fynnischer ausführen! Fynnischer ausführen! Boom! Jawoll! Komm her! Komm her! Bam! Nein! Scheiße! Fuck! Aha! Boom! Und da ist der Finisher auch schon mal weg! Das ist gut! Das ist... Das ist... Ey! Ich war ihm! Das ist ein Ziel! Ich glaub's ja nicht! Ach egal! Jetzt komm noch mal! Wird schon klappen noch! D-D-D-T D-D-T 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 Komm her! Komm her an! Udo! Mankind's been relegated to no more than... Village idiot... S'mon jump in! Nein! Katsun! Backbreaker! Ja komm! Schau auf Undertaker! Ja komm! Nein! Jawoll! Bam! Armbreaker! Bam! Ja komm! Und... Ja komm! Bam! Bam! Rude! Ich komme Nein, ah, schade Ich komme, jawohl Er blutet schon mal Ich komme Atomic Breaker So, jetzt kommt Boom Bam Jawohl Peoples Elbow Nein Scheiße Hallo Okay Doch nicht Der King hat seinen Bruder Der Untertaker von diesem Term Ich glaube nicht Herr McMahon wird über das Auf jeden Fall sind wir schon mal weiter Das ist schon mal gut Geht ja Und Bonus Match Nummer 10 Okay Ich bin ja gespannt was das sein soll dann Aber ich habe mir jetzt vorgenommen In der nächsten Nächsten Part werde ich beide Bonus Matches hier machen Also freut euch drauf und Hau da rein und Ciao Zitulation Das ist